Ich hatte gedacht, in der Kung-Fu-Schule lernt man fliegen. Und auch, dass es nicht so hart ist, will nicht so früh aufstehen müssen, jeden Tag spielen und manchmal eben ein bisschen Fliegen üben. Am Anfang habe ich viel geweint, so hart war es. Ich hatte Heimweh, wollte nicht, dass Mama geht. Die Schule hat 1978 mit zwei oder drei Schülern angefangen. Heute umfasst sie 35.000 Schüler, Trainer und Lehrer. Ich bin aus der Schule ausgebrochen. Mein Vater sagte, ich soll wieder zurück. Davor habe ich Angst. Solange die Richtung stimmt, das heißt, solange wir die Kinder richtig gut ausbilden, ist jede Methode recht. Mama hat gesagt, wenn du dort lang genug bleibst, kannst du fliegen. Dann war ich plötzlich hier. Wenn die Kinder die Eltern am meisten gebraucht hätten, waren sie nicht da und... Tränen sind ein Ausdruck von Unfähigkeit. Weinen bringt ja doch nichts. Mit Kung-Fu ist es so eine Sache. Wenn du es lang genug durchhältst, kannst du eines Tages dein Haupt erheben.